Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Clare&R, Leute. Und ich bin heute nicht alleine, schon wieder. Ich habe wieder einen Gast, hier mit Nika. Hallo. Ihr kennt sich vielleicht unter Nika so viel. Ich spreche in die Kamera. Die andere nimmt nur mich auf. Ja, ja, okay. Wie geht's dir? Gut und dir? Mir geht's auch gut. Das ist schön, ja. Ich freue mich richtig hier zu sein. Ich wollte schon so oft in deinem Podcast sein. Ich höre die ganzen Folgen und ich bin immer so. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott, danke. Ja. Lügst du? Nein. Echt? Ja. Du hast wirklich meinen Podcast an. Ja, natürlich. Oh mein Gott, danke. Und ich finde es halt auch cool, dass du das Ganze auch auf YouTube hochlädst. Ja, das sagen voll viele. Weil voll viele mögen das nicht, nur so Sound zu hören. Ja, das stimmt. Also ich fahre halt super, super viel Auto. Und ich habe auch wegen dir Mord auf Ex angefangen. Ich liebe das. Ich liebe das auch. Ich habe immer erst mordlos gehört und dann war ich so, das ist mir ausgegangen. Und dann hast du das gepostet und jetzt habe ich auch alle Folgen von denen angehört. Und ja, die sind jetzt auch alle schon gehört gewesen. Und dann habe ich halt dich gehört. Ja, wenn halt das andere gibt, dann muss man halt auch manchmal da zurückgreifen. Ja, aber es ist sehr cool. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hast du auch die Folge gehört, wo ich habe ja auch Mord auf Ex interviewt, ne? Ja, ich habe das tatsächlich noch nicht angehört. Das ist so cool. Die spielen da richtig tief. Echt? Das ist richtig cool. Ich habe mich so gefreut. Das war meine Lieblingsfolge bis jetzt. Ich glaube, die haben auch in deinem Podcast, also falls ich möchte jetzt eher sagst, aber die Jubiläumsfolge, also gespoilert, oder? Ne, gespoilert? Oder was die da machen, dass sie in... Was die da machen, haben die das da erzählt? Ich weiß es nicht. Boah, das kann sein. Ich glaube. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwo habe ich das gehört. Krass. Ja. Okay, interessant. Lol. Wusstest du jetzt selber noch nicht? Ich erzähle mich jetzt selber nicht, dass das da irgendwie gespoilert wurde. Aber crazy. Ja, aber das war auf jeden Fall vor der Jubiläumsfolge. Genau, also, dass sie da in einem... Mit so einem Orchester. Orchester sind, ja. Ich dachte, das habe ich in deiner Folge schon gehört. Deswegen war ich nicht so überrascht, wie ich es bei denen gehört hatte. Ich glaube, das kann sein. Ja. Hm, interessant. Muss ich mir noch anhören. Aber Folge. Für die, die dich nicht kennen, du bist auch ein TikTok-Star. Du bist ja auch... Man kennt dich tatsächlich von Musical.ly und weißt du, woher ich dich kenne? Woher? Ja. Also, auch von Musical.ly offensichtlich. Aber von... Also, ich glaube, da kennen dich auch die meisten, die damals Musical.ly haben von. Von diesem einen Lied. Dieses Lisa-und-Lena-Lied. Ja, das stimmt. Ich habe das letzte... Ich habe mein... Ab und zu... Das ist ein bisschen mein Roman Empire. Da habe ich so einen Ohrwurm davon. Echt? Ich bin Lelene. Oh Gott. Ich bin ganz viel stolz. Ja, ich habe das damals... Ähm, ich hatte ja eine Fanpage, die... Ich glaube, ich hatte damals sogar die größte Fanpage ganz Deutschland. Krass. Mit den meisten Followern. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe da halt irgendwann angefangen, mich zu posten. Und das Ding ist, ich war mit denen auch immer richtig gut. Und dann haben die mich einfach gepostet. Und ich war so... Die haben das auf deren Musical.ly-Account gepostet, ne? Das war richtig krass. Und die hatten halt den krassesten Hype da. Und ich war auch richtig geschockt. Ich habe damit niemals gerechnet. Ähm, genau. Das war richtig krass, ja. Und das war so mein Startschuss von Social Media. Das weiß eigentlich niemand, dass ich genau dadurch eben so mit Social Media angefangen habe. Ich schon. Ja, voll krass. Aber dann hast du dann direkt die Chance für dich benutzt und warst so, okay, jetzt poste ich nur mich. Oder hast du dann immer noch so Lisa und Lena Kontakt gemacht? Safe, ne? Nee, ich habe, ähm, ja, ich habe, also, die hatten damals ja, ich hatte ja nicht meinen Musical.ly-Account damals, war keine Fanpage für die. Sondern da habe ich ja mich eigentlich nur gepostet. Und die hatten den markiert. Und ich habe einfach weitergemacht. Und die Fanpage hatte ich auch weitergemacht. Aber, ähm, ich bin damals immer mehr in Kontakt mit, ähm, Lena gekommen. Und irgendwie war es dann voll komisch, dass wir dann so viel Kontakt haben und ich eine Fanpage für die hatte. Dann habe ich aufgehört. Aber die gibt es noch. Ich bin auch noch angemeldet bei der Fanpage. Das ist so witzig. Ja. Wie alt warst du da? Ist das alles passiert? Boah, ich habe das mit zwölf, glaube ich, angefangen. Und wo ich 13 oder 14 war, haben die mich gepostet. Crazy. Und die waren ja auch gleich alt, ne? Ja. Sind ja auch in unserem Alter. Das ist so verrückt. Ich weiß noch, dass du dann irgendwann, ich war so unfassbar obsessed mit euch. Du hast mit irgendeiner Freundin dann auch so Lisa-Lena-Videos gemacht. Ja. Ich war so obsessed damit, ne? Echt jetzt? Ich habe mir das immer, weißt du, ich weiß noch, sie ist mir dann gefolgt, die Blonde, ich habe ihren Namen leider vergessen. Emily. Ja, sie. Ah, ja. Krass, die sieht ja auch so aus wie die. Ja, die ist mir dann gefolgt. Ey, ich habe mir wirklich den Arsch abgefreut. Ich habe mich so gefreut. Krass. Twitter-Account, den habe ich dann irgendwann gelöscht. Deswegen, ich habe seitdem, glaube ich, auch ihren Account nicht mehr gefunden. Ich weiß gar nicht. Macht die dort noch Social Media? Die macht noch Social Media. Ich habe mich auch letztens wieder mit der getroffen, aber die ist nicht so. Doch, eigentlich, eigentlich ist die auch so voll. Irgendwann ist das, aber ich weiß nicht. Ich glaube, also sie hat noch einen anderen Job, deswegen macht das jetzt nicht Vollzeit oder so. Ja. Aber krass. Das war so verrückt. Ich fand eure Videos, fand ich so toll. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ihr ein neues Video dann gepostet habt. Hä, voll cool. Ja. Krass. Hä, voll cool. Ja. Ja, das ist voll verrückt, weil ich feiere deinen Content ja auch richtig krass. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Alter, wie schön kann man bitte sein. Ich meine auch. Oh mein Gott, gleichfalls. Ja, deswegen voll krass zu hören, dass du mich schon von so lange kennst. Ich habe da gestern, äh, gestern, beziehungsweise für euch letzte Woche, ähm, hatte ich mit Yassi gesprochen und da war sie auch so, mein Gott, dass ich sie so lange kenne und so. Ähm, weil man das gar nicht denkt, weil man kennt sich dann ja so über Social Media und man lernt sich dann kennen und man denkt dann ja gar nicht, dass eine andere Person einen dann vielleicht schon viel länger verfolgt. Das stimmt. Ja, ich glaube, es würde auch niemals ein Influencer, also die, die ich jetzt kenne, so zugeben, dass man jetzt schon von die andere Person von vor ein paar Jahren kennt oder so. Also ich hatte auch mit, ähm, vielen Influencern damals, zum Beispiel mit, wie hieß sie, typisch Cassie oder so. Weißt du, wen ich meine? Der Name sagt mir was, aber ich habe gerade kein Gesicht vor Augen. Ich war damals auf der, wie heißt das, auf den Videodays und habe mit der Bilder gemacht und dann waren wir im gleichen Management und dann hat man sich auch die ganze Zeit so unterhalten und alles. Und ich fand das irgendwie so crazy, ähm, dass man erst so, also Fangirl-mäßig artig ist und dann aber eigentlich mit den Personen auch irgendwie chillt. Ja, das ist voll crazy. Das ist, ey, ich finde das auch wirklich verrückt. War das nicht auch bei Jolien mit Videozeug so? Da war sie doch damals Fan von ihr und dann waren die jetzt Freunde. Ja. Das ist so witzig. Ja. Stimmt. Ja. Oder manche Freunde von mir, die sagen auch so, ja, ich weiß noch deine Arbeitsvideos von früher. Und dann bin ich so, hä, als ob du mich schon so lange kennst. Das ist irgendwie so komisch. Ja. Aber irgendwie richtig cool. Ich mag das voll gerne. Ja, ich finde das echt cool. Also, ja, da denkt man auch immer dann zurück. Ich denke auch so oft einfach zurück an früher, wo ich, weil ich hatte ja, ich bin ja einfach mit einer Fanpage groß geworden und dann jetzt ist man so in der ganzen Welt so komplett drin und das ist so crazy einfach. Ich finde, man unterschätzt das Ganze einfach so. Also man, oder beziehungsweise ich schätze das Ganze schon richtig doll und ich bin auch so dankbar, aber manchmal vergesse ich das, dass ich auch ein Zuschauer war und jetzt hier bin. Ja. Ja. Ich finde das auch voll verrückt. Ich finde, was ich am krassesten so am Influencer sein finde, ist irgendwie, irgendwie ist es halt so, damals, so ich war 15 und hatte obviously nur mein Taschengeld und habe jetzt nicht gearbeitet oder so. Ja. Also mit 15 habe ich nur so gebabysittert oder sowas, weißt du? Ja. Und damals habe ich dann richtig aufgespart, um mir so eine bestimmte Sache von DM zu holen, so beispielsweise oder mir diese eine Mascara zu holen von Maybelline oder sowas. Ja. Und so jetzt bekommt man Sachen einfach so zugeschickt und dann ist das so, oh scheiße, das habe ich jetzt schon und keine Ahnung, ich finde, das ist so eine surreale Welt irgendwie. Ja, das stimmt. Oder das hätte ich mir niemals vorstellen können damals. Ja, ich habe auch damals, ich bin früher zu meiner Mutter und ich habe nach, ich glaube, fünf Cent war das, gebettert, dass ich an einen Automaten kann, an so einen Drehautomaten und mir einfach ein Kaugummi rausholen kann. Und ich weiß nicht, das meine ich auch mit, ich finde, man vergisst das superschnell, die Relation zum Geld so oder zu so Produkten. Ja, das muss man eigentlich viel mehr wertschätzen. Ja, manchmal gibt es dann so Situationen, da bin ich so, ja, okay, das Paket mache ich halt später auf. Und dann bin ich so, nein, du machst es jetzt auf und du schätzt das jetzt. Ja. Und das Ding ist halt auch, ich möchte jetzt auch nicht, dass Leute denken, dann staunen sich einfach die Sachen bei mir an, ich verschenke die alle, so meine Freunde und Familie und so. Aber es ist einfach so und die sind dann so, oh mein Gott, was? Oh mein Gott, nein, musst du mir nicht geben. Ich so, Alter, nimm, nimm, nimm. So, dass man, man, man denkt, man checkt das nicht einfach. Es macht irgendwie in meinem Kopf keinen Sinn. Und deswegen denke ich mir auch, dass diese, weil ich das ja geschenkt bekomme, man muss ja versteuern, aber weil ich das dann so trotzdem so öfter zugeschickt bekomme und das dann hat das dann für mich so nicht so einen Wert, dass ich mir denke, okay, das kostet eigentlich 30 Euro, das kostet 40 Euro. So, ich denke mir einfach, ja, okay, das ist jetzt einfach meins. Also, ja, das stimmt schon. Ja, ich verschenke auch super, super viele Sachen an meine Freunde, weil das staut sich wirklich nach einer Zeit so krass an und ich bin dann immer so, ja, komm zu mir, such dir, also ich sortiere dann immer aus und dann kommen alle meine Freunde zu mir und dann nimm die die Sachen mit. Und dann freut es mich auch immer, wenn ich sehe, dass sie auch die Produkte benutzen und so, weil ich hätte die halt dann zum Beispiel nicht benutzt und dann, ich weiß nicht, das ist dann auch irgendwie doof und verschwendet, finde ich. Deswegen, ich glaube, so Freunde, die freuen sich da. Ja, klar. Einfach immer schon sehr doll. Wir haben uns das erste Mal auf einem Event, glaube ich, gesehen, oder? War das das wohl mit Nasti? Ja, ich glaube. Das ist tatsächlich wirklich heute vor einem Jahr. Echt jetzt? Ja, ich habe auf Snapchat einen Rückblick bekommen, es war heute vor einem Jahr. Krass. Da haben wir uns das erst mal gesehen. Das war, ja, das war, ich finde auch so Events, ich war so lustig, ich war da, glaube ich, alleine. Ja. Und Alter, ich dachte mir so, Gott, wenn ich jetzt nicht jemanden finde, ich stehe da in der Ecke, weil ich bin, ich komme nicht mit Menschen so richtig klar, ich komme nicht in Gespräche und dann habe ich mich so gefreut, dass ich dich gesehen habe. Ja. Ja. Richtig krass. Und dann haben wir den ganzen Abend verbracht und es war richtig witzig. Es war echt irgendwie, das war aber so random irgendwie, das Event. Und das hat, also es war richtig cool, aber es war, ich habe das gar nicht, ich habe irgendwie das Konzept nicht verstanden davon. Ja, das stimmt. Aber es war echt witzig. Ja, ich habe auch letztens, da haben wir Bilder gemacht und ich habe die auch letztens, weil ich ausmiste gerade, habe ich die gefunden, die ganzen Polaroid-Bilder und ich war so, Alter, wie krass. Ja, ich habe die auch noch irgendwo in meinem Zimmer. Ja. Schon echt crazy. Ja. Du warst dann ja, also durch deinen Social Media, all dem drum und dran, warst du dann ja irgendwann in einer Beziehung. Ja. Und weil du ja auch so jung angefangen hast mit Social Media, hast du das dann auch einfach gezeigt. War eine sehr publique Beziehung, ich glaube, wir wissen auch alle, von wem wir sprechen. Das stimmt, ja. Wie ist das dazu gekommen, dass ihr zusammengekommen seid? Wie lange wart ihr zusammen? Also, ich war ein bisschen darüber. Ja, also, ich war 16 und ich habe, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu gekommen ist. Wir hatten uns bei einem Radiosender kennengelernt gehabt. Also, es hat schon mit Social Media angefangen. Und ja, im Endeffekt sind wir dann zusammengekommen. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo wir es halt öffentlich gemacht hatten, also wir haben dann auch schon immer so drüber geredet, beziehungsweise es kam eher von seiner Seite aus. Ich glaube auch nicht, dass ich den Namen jetzt nenne, weil nicht, dass dann irgendwie, genau, es kam dann auch eher von seiner Seite aus, dass man das dann halt alles so gut verkaufen kann und das halt Klicks bringt. Und dann haben wir das öffentlich gemacht und ab dem Zeitpunkt waren wir eigentlich super präsent auf Social Media. Und das Ding ist, es war meine erste Beziehung und ich wusste nicht jetzt, was ist normal, was ist nicht normal, so, weißt du, was ich meine? Ja, deswegen, boah, es ist schwierig. Ja, es war... Ja, ich check ein bisschen, was du meinst, aber also mäßig, so bevor ihr das so publik gemacht habt, habt ihr auch so dann darüber geredet und wart so, das könnte Klicks bringen, wir machen das jetzt dafür. Oder war das so, okay, wir wollen es einfach nicht mehr länger verheimlichen und es nervt langsam oder war es halt wirklich einfach wegen Klicks? Boah, also wenn wir jetzt alle mal ehrlich sind, jeder Influencer, der sagt, wir wollen Privatsphäre, das machen wir jetzt mal nicht öffentlich, das ist eigentlich, eigentlich hat man Privatsphäre, eigentlich muss man es nicht öffentlich machen, auch wenn eine Beziehung öffentlich ist, man kann trotzdem super viel Privatsphäre haben. Deswegen, ich glaube, immer wenn man irgendeine Beziehung öffentlich macht, ist es, weil man weiß, das bringt Klicks. Bei meiner Seite jetzt, bei meiner heutigen Beziehung war es halt so, ey, wir hocken 24-7 aufeinander. Ja. Das ist einfach sinnvoll, wenn man dann zusammen auch Videos drehen kann. Aber früher habe ich ja eigentlich mein Content so gemacht, das war jetzt nicht nötig, aber es kam halt auch viel von seiner Seite aus, dass er halt gemeint hat, ja, das bringt Klicks. Und ich meine, ey, wir haben so viele Videos gemacht und es gab auch Situationen und ich kann mich da echt noch heute zurückerinnern, da saßen wir da und dann war da so, ja, wir drehen jetzt Videos und ich weiß nicht wieso, ich habe einfach mich dagegen gesträubt. Ich wollte nicht Videos drehen, ich wollte einfach mal mit ihm was alleine machen oder so und dann hatten wir so krassen Streit, also wirklich richtig eskalativen Streit und ich habe so geheult und am Ende vom Streit war es so, ja, schmink dich neu, wir drehen jetzt das Video und das war so oft so. Also nicht nur einmal oder so, sondern eigentlich fast vor jedem Video. Wenn man mal ranzoomt an mein Gesicht hat, also sieht man, dass ich geheult hatte. Das ist heftig. Ja. Okay, das ist, ja, okay, dann war das ja wirklich einfach vermarkt in der Beziehung. Ich weiß, also generell, ich glaube, viele wissen gar nicht so, mich eingeschlossen, wie das eigentlich wirklich war, aber wie lange ging die Beziehung? Schon ziemlich lange, ne? Ja, drei Jahre, glaube ich, ja. Und ihr habt dann auch ziemlich schnell angefangen, Videos zusammen zu machen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie schnell, ich glaube schon in den ersten sechs Monaten. Irgendwann hatten wir das veröffentlicht. Wie ging es dir in der Zeit damit? Hast du dir irgendwie gedacht, ich habe das Gefühl, das ist falsch oder ach, ich mache es ihnen einfach zur Liebe oder? Boah, also in der Zeit, ich war 16 und jetzt, wenn ich zurückdenke, 16 ist so jung und ich habe halt gedacht, das ist richtig. Also alles, was ich in dem Zeitpunkt gefühlt hatte, bis ich dann, man hat nur Schluss gemacht, bis ich, ich war 19, glaube ich, 19, Anfang 20 oder so. Also ich glaube 19, ja 19, bis ich 19 war, habe ich gedacht, alles ist richtig, bis ich mich dann mit anderen unterhalten habe. Die Beziehung war super toxisch, weil ich war, ich plaudere jetzt richtig viel aus, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es seine Seite ist, aber ich erzähle jetzt einfach nur, was meine Erfahrungen waren. Ich konnte nicht bei Influencern sein, weil ich nicht mit denen reden durfte. Ich durfte denen nicht sagen, wie es mir gerade geht, was ist und dann habe ich mich halt immer mehr verschlossen und ich habe mit niemandem über unsere Beziehung geredet, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, ich kann das nicht, das ist falsch, ich darf es nicht und so konnte ich mich auch nicht wirklich vergleichen. Er hat dir das verboten, mit Influencern zu reden, generell mit Influencern oder mit allen? Mit Influencern hauptsächlich, einfach weil man halt kein schlechtes Bild haben durfte. Ja, also das ist, klingt ziemlich toxisch und dementsprechend ging es dir dann auch? Ja, genau. Ja, ich hatte das ja auch schon mal gepostet gehabt auf Social Media, dass... Ja, darauf wollte ich auch eingehen jetzt. Ich weiß ganz genau, was du jetzt sagst, aber sag. Sag du, was du meinst. Du hattest, okay, jetzt habe ich Angst, dass ich falsch denke, aber du hattest, glaube ich, ein Video gepostet, wo, ich weiß nicht mehr, was der Text dazu war, du hast auf jeden Fall irgendwas dazu geschrieben und dann hast du gezeigt, dass du deinem Exfreund in der Zeit Videos schicken musstest, wie du Sport machst, damit du nicht zunimmst. Ja, genau. Ja, ich habe da, also ich habe das gepostet und ich habe, dann hat er sich auch gemeldet und für ihn war es anscheinend nicht so. Für ihn war das anscheinend so, dass der mich unterstützen wollte und alles. Deswegen musstest du ihm Beweise schicken, dass du halt Liegestütze machst. Ja, ich war auch verwirrt. Ich habe dann einfach nur gesagt, ja, stimmt, war so. Aber für mich kam das halt, also war das zu der Zeitung, ich habe auch ehrlicherweise richtig viele Filmrisse von der Zeit. Also ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, weil ich glaube, ich super viel einfach verdränge. Und genau, für mich war das so, also ich sage das jetzt mal so, ich habe auch, ich war halt super dünn zu der Zeit und ich habe ihm dann irgendein Bild geschickt gehabt und ich war so, ja, es ist schön. Und dann war er, hat er das bearbeitet, hat mich richtig, richtig dünn gemacht, also stockdünn und hat gesagt, so ist besser. Was? Genau, ich habe den Chat sogar auch heute noch und ich war so, hä, ich bin noch voll bearbeitet und er war so, ja, aber sieht besser aus. Und dann habe ich gesagt, nee, das poste ich nicht. Und er so, okay, dann poste ich. Er wollte, dass du das postest. Ja. Ach so. Und ich habe dann gesagt, ich poste das nicht. Und er hat dann gesagt, okay, dann poste ich das. Und dann hat er das gepostet auf seinem Account. Naja, nee, hat er, glaube ich, nicht. Weil da bin ja nur ich drauf. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Aber er hat das dann gesagt und ich war da richtig geschockt. Und das Ding ist zu dem Zeitpunkt, ich habe ja auch noch richtig lieb geschrieben, wenn ich die Nachricht, ich habe die mir dann noch ein paar Mal durchgelesen und ich war so, okay, wie habe ich da bitte reagiert? Weil ich habe nur geschrieben, nee, ich möchte das nicht posten. Ja. Und heutzutage, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde in die Decke gehen oder so. Ich habe mir echt richtig viel erlauben lassen damals. Also es war wirklich richtig schlimm, wenn ich heute so drüber nachdenke. Und das Ding ist, so, nachdem wir uns getrennt haben, haben ja alle immer noch gesagt, ja, er war besser, er war besser oder ich vermisse euch. Und dann war ich so, ihr vermisst die Illusion, die ihr von uns hattet halt. Aber ihr wisst ja gar nicht, wie es mir damit ging. Oder so. Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, ich habe damals während eurer Beziehung, habe ich ja natürlich das auch mitverfolgt. Ja. Ich habe das ja auch alles gesehen. Ich kannte so euch ja auch schon damals. Ich habe das einfach wie wahrscheinlich viele andere auch verfolgt. Ja. Und ich habe damals, und ich spüre, ich lüge nicht, zu meinen Freundinnen gesagt, ich habe das Gefühl, das ist eine toxische Beziehung. Ja. Und dann waren die immer so, hä, wieso? Ein Video ist richtig rausgestochen für mich. Und ab da dachte ich mir, okay, ich habe das Gefühl, das ist toxisch. Ja. Weil das war ein Video, wo er gesagt hat, ja, immer wenn ich irgendwie gehe, dann fängt Nika an zu weinen. Da haben vielleicht auch Montana Black und so drauf reagiert. Ja. Und das ist kein gutes Zeichen einer gesunden Beziehung, dass wenn er geht und nach Hause halt geht, okay, klar, ihr hattet eine Fernbeziehung, oder? Ja. Ja. Klar, Fernbeziehung, aber dass man dann so heult wie du halt jedes Mal. Und das hat er einfach gefilmt. Ja. Also, dass er das auch noch gefiltert im Vlog gemacht hat. Übrigens nur, dass ihr Bescheid wisst, Nika weint immer, wenn ich nach Hause gehe. Also, da war ich so, okay, I'm sorry, was ist das? Das war komplett emotionale Abhängigkeit. Also, wenn man halt mal so drüber nachdenkt und ich habe das Thema auch viel mit meiner Therapeutin heute noch. Ich habe jetzt halt nur den Vergleich zu einer richtig, richtig gesunden Beziehung mit Niko und halt den Vergleich von früher. Und klar ist es schlimm, wenn ich gehe, aber ich bin halt, also damals, ich war emotional abhängig, ich war manipuliert, ich war einfach klein. Ich war, das war meine erste Beziehung. Und dass ich dann direkt so eine Beziehung hatte und mir direkt gezeigt wurde, das ist richtig und das und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Da denkt man sich ja auch so, ja, dann muss das halt richtig sein. Und ich habe halt auch geweint, weil, wenn er gegangen ist, war ich ja alleine zu Hause gesessen und ich konnte ja nichts machen. Ich bin nur in die Schule gegangen und bin wieder heimgegangen. Und durftest du auch nichts anderes machen? Ich durfte schon Sachen machen, aber... Voll nett. Manchmal, nein. Ich durfte klar schon Sachen machen, aber es gab halt Stress, wenn ich jetzt mit einer Freundin was gemacht habe und da vielleicht ein anderer Typ dabei war oder so. Und nicht nur so ein bisschen Stress, sondern halt viel Stress. Und man muss auch dazu sagen, natürlich hatten wir auch schöne Zeiten, aber das sind halt die Sachen, die hängen geblieben sind und die mich halt geprägt haben. Ja. Das verstehe ich komplett und das kann ich komplett verstehen, dass du da auch noch heute noch mit deiner Therapeutin darüber sprichst. Ja. Also generell, ich finde, ich habe da letztens auch einen Podcast drüber gehört und da wurde das auch nochmal thematisiert. Es ist wirklich so, dass so Beziehungen, auch Breakups und generell all so ein Zeug, dass es die schlimmste Phase seines Lebens sein kann. Und weil es heißt, ja, Breakup oder ja, mein Exfreund, nimmt man das nicht ernst, weil jeder hatte mal einen Exfreund, Exfreundin. Jeder hatte mal eine blöde Situation mit irgendeiner Beziehung, aber trotzdem kann das bei einer Person die schlimmste Zeit in deren Leben gewesen sein und die traumatischste. Und das wird halt so auf die leichte Schulter genommen. Und wenn nicht jemand gestorben ist oder man nicht irgendwie selber fast ermordet wurde oder was weiß ich, denkt man da, also denken da andere Leute nicht so krank drüber nach und sind dann so, ach so, ja, normal, dort ist eine toxische Beziehung, haha, same. So, klar, super viele haben toxische Beziehungen. Ich meine, wahrscheinlich fühlen sich Leute gerade, die dir jetzt zuhören, also relaten sie gerade dazu oder fühlen sich auch angesprochen. Und deswegen aber, ich finde, das wird so krass unterschätzt, was das so für eine Auswirkung mit einer Person macht. Ja, das stimmt. Ja, es ist auch immer sehr schwierig, wenn man jetzt halt sagt, ich vergleiche ja heutzutage auch noch einfach Situationen damit und da muss man mich auch schon sehr bremsen. Meistens, also wird mir dann einfach gesagt, ja, Nika, also ich bin aber nicht dein Ex oder so. Und dann erwische ich mich selber, wie ich dann die Situation darauf projiziere, obwohl das eigentlich gar nicht mehr so ist. Und wie gesagt, das ist halt für jeden einfach unterschiedlich. Jeder geht anders damit um. Und zum Beispiel, ich verdränge Sachen und dann, wenn irgendwie Situationen aufkommen oder so, bin ich dann so, ja, okay, das ist passiert so. Ja, genau, deswegen. Es ist sehr schwierig, auf jeden Fall. Also Ex-Freunde oder so kann man, also finde ich halt doof, wenn man immer runterspielt und sagt, ja, aber das ist doch Vergangenheit oder das ist doch der Ex. Lass mal nach vorne gucken. Ja, da denke ich mir so, naja, ja, es ist nicht so, es ist schon halt eine prägende Zeit auch gewesen. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass ich das jetzt zum Beispiel alles erlebt habe, weil ich weiß jetzt, was ich möchte in meinem Leben und was ich halt nicht möchte und kann mit Situationen besser umgehen. Und ihm hat das ehrlicherweise auch sehr, sehr weitergeholfen, weil ich habe dann Schluss gemacht und ich bin hin, ich habe ihn, ich habe einen Zettel dabei gehabt, wo ich alles draufgeschrieben habe und ich habe ihm ins Gesicht gesagt, was ich so schlimm fande. Und er hat sich, glaube ich, geändert. Also so, er ist ja jetzt auch wieder in einer Beziehung und hoffentlich glücklich und ich wünsche ihm auch nur das Beste, egal was da zwischen uns passiert ist. Das war halt einfach die Vergangenheit und man sollte sich, er sollte das nehmen, was ich ihm gesagt habe und was Besseres draus machen und diese Dinge mehr schätzen im Leben. Und ich glaube, er hat jetzt so die perfekte Freundin dafür, für seine Zukunft. Aber ich war es halt nicht. Ja. Okay, du hast jetzt gerade erzählt, dass du da einen Ausschluss gemacht hast. Wie bist du dazu gekommen? Gab es da irgendwie eine Sache? Okay, das war jetzt zu viel, ich muss jetzt Schluss machen oder war es einfach angestaut und was hast du da alles gesagt, was so? Ähm, nee, also ich glaube, dass ich, ich habe nicht drüber, ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Er war halt damals weg. Ich war damals auf einem Krass-Klassen-Verdreh ohne ihn. Und er hatte da, er war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich glaube, auf einem Meditationscamp oder so. Und er hatte kein Handy für zehn Tage. Und das war das erste Mal, wo ich keinen Kontakt zu dem hatte, seit drei Jahren. Und da hatte ich Zeit, für mich drüber nachzudenken. Und man hat wirklich am Chat gesehen, weil ich habe ihn jeden Tag noch geschrieben. Ich habe ihm jeden Tag geschrieben, ganz normal. Irgendwann wird es immer weniger und dann kam gar keine Nachricht mehr. Und wo er dann wieder da war, das muss bestimmt auch richtig hart für den gewesen sein, weil da sieht ja, okay, da 31. Erster, Zweiter, Fünfter, Achter und dann kam gar nichts mehr oder so. Aber ich habe in der Zeit für mich gemerkt, dass das nicht richtig ist, dass ich mir mehr wünsche, dass ich einen Mann brauche, der mich auf den Händen trägt, die gleichen Zukunftswünsche hat, nicht toxisch ist, mir nichts verbietet. Und der einfach mein bester Freund ist, mit dem ich lachen kann. Und genauso Mann habe ich heute. Aber ich wusste, dass ich diesen Mann finden werde und dass es nicht er ist. Und dann habe ich eben mich zusammengesetzt. Und das ist auch eine richtig lustige Story. Eigentlich nicht, also. Aber ich war da und zwar mit einer anderen Influencerin. Und wir haben uns zusammengesetzt und ich habe dann halt den Text geschrieben, beziehungsweise sie für mich. Ich habe einfach nur geredet und sie hat geschrieben. Und sie ist dann auch mit mir, wo er wieder da war, zu ihm gefahren und war die ganze Zeit dabei. Also jetzt nicht mit einem Gespräch, aber im Auto gewartet. Und für mich war das so eine Erleichterung. Also es war wirklich eine krasse Erleichterung. Und ich hätte das heute immer wieder gemacht. Dann bin ich wieder ins Auto zu der Influencerin. Und ein paar Tage später, die war dabei, wie ich so gelitten habe, hat sie mit meinem Ex-Freund ein Video gedreht, wie sie ihm die Augen verbunden hat und ihn angetanzt hat. Das musst du dir mal kurz geben. Was? Ja. Ich war so geschockt. Was? Ja. Das war gerade der größte Plot-Twist. Ich war ganz so, ja, okay, nochmal. Du bist so voll spannend. Was laberst du? Genau so war ich auch. Ja, ich habe genauso reagiert. Das war wirklich richtig schlimm. Ich dachte mir so, what the fuck? Und sie hat es nicht gecheckt. Bis heute nicht. Ich bin gerade so geschockt. Ja. Die hat zwei Videos irgendwie mit denen gemacht, aber beide so richtig so sexuell angehaucht. Und ich dachte mir so, du warst dabei, wie ich entschieden habe, okay, das ist nichts für mich. Hat sie wahrscheinlich auch supportet, ne? Ja. Und halt, dann haben wir auch die Trennung gepostet und so. Und da war die ja auch am Start. Da hat sie ja Videos gemacht, wie, poff, du bist mit beiden befreundet und die trennen sich jetzt. Und ich war so, alles klar. Und jetzt denke ich mir so, okay, was hast du jetzt davon? Das ist halt typisch Influencer. Also kein Wunder, dass andere Influencer so Influencer nicht mögen oder denen nicht vertrauen, weil ich habe echt gedacht, dass wir wirklich echt gute Freunde werden können. Sie ist extra dafür zu mir gekommen und hat mich supportet. Und dann hat sie einfach so gedacht, okay, jetzt springe ich dir mal richtig in den Rücken rein und mach das. Was ist das denn bitte für ein Opfer? Ja. Wie kann man so sein? Ich weiß auch nicht. Also das war echt voll, also für mich war es gar nicht so schlimm, weil ehrlicherweise, ich habe es mir dann, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn sie das braucht, um glücklich im Leben zu sein, dass die andere so hintergeht. Oder vielleicht war es für sie ja richtig. Vielleicht ist es so eine Person, die dann zu jedem Ex-Freund rennt und dann so Freunde snitcht oder so, wenn es Klicks bringt. Aber ich fand es halt richtig krass. Das ist auch echt ziemlich krass. Boah, wow. Das hat mich jetzt gerade echt schockiert. Ja. Wie war denn die Zeit jetzt nach der Trennung? Wie bist du damit umgegangen? Wie konntest du nach vorne schauen? Und wie ging es dir einfach in der Zeit? Also ich würde jetzt sagen, ich habe relativ alles verdrängt. Man muss auch dazu sagen, trotz dem, was alles passiert ist in der Beziehung, hatten wir, nachdem ich dann gegangen bin, noch Kontakt. Und ich habe ihn zum Beispiel geschrieben gehabt, oder er hatte mir geschrieben, wenn er gerade irgendwie Gedanken hat oder so. Ich habe ihm zum Beispiel irgendwie gesagt, ja, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Weil ich meine, man kann nicht irgendwie Schluss machen und dann denken, ja, okay, das ist alles gut. Und er hat dann gesagt, nee, das war die richtige Entscheidung und bla bla bla. Und dann sind wir, haben wir weiter nach vorne geschaut. Und dann irgendwann ist der Kontakt komplett weggegangen. Das Ding ist, ich habe ja auch einen Hund, also Bounty. Und ich habe Bounty geholt, wo ich mit dem zusammen war noch. Und Bounty hat sich halt auch an den gewöhnt gehabt und ihn wirklich sehr gerne gemocht. Und dann hatte er sie auch noch immer mal sehen wollen. Habe ich sie halt mal rübergebracht. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo hin geschäftlich musste oder so. Und er hat sich auch echt immer gut um sie gekümmert, das muss man sagen. Und da hatte man dann halt auch immer noch Kontakt. Selbst wo er jetzt seine neue Freundin noch hatte, da hatte ich Bounty auch einfach mal hingebracht. Und es war auch alles fein. Genau deswegen. Also es ist eigentlich, glaube ich, sehr gut gewesen. Auch einfach, wir hatten jetzt gar keinen Stress oder so. Ja. Okay, und gibt es eben manchmal immer noch Bounty? Nee. Ich fand es nicht mehr. Ja, okay. Ja, seit Jahren jetzt nicht mehr, aber direkt danach halt. Ja, okay, das ist auch verständlich, wenn man so eine Bindung aufgebaut hat. Ja. Ich wollte auch noch fragen, aber so in der Zeit, klar, ging dann ja zwischen euch. Ihr wart dann ja nicht sauer aufeinander oder so. Aber weißt du noch, wie du das verarbeiten konntest oder hast du das alles ausgeblendet? Ich habe es, glaube ich, alles ausgeblendet. Was? Komplett, ja. Also du weißt es alles gar nicht mehr? Nee. Ich weiß noch, dass ich dann, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe zehn Kilo abgenommen gehabt, weil ich, ich glaube, vier Tage durchgehend in Frankfurt feiern war mit Freunden, um mich einfach abzulenken, dass ich nicht denken muss. Und da habe ich halt auch, ich habe nichts gegessen, sondern ich habe Alkohol als Nahrung genommen. Also das ist wirklich, das ist nicht, würde ich jetzt nicht empfehlen, würde ich jetzt nicht machen. Aber so habe ich das damals halt verarbeitet. Also nicht richtig anscheinend, weil ich. Weil du es halt auch einfach nicht mehr weißt. Ja. Aber ich arbeite das jetzt alles immer noch in Therapie auf und genau. Krass. Ja. Crazy. Ihr wart dann ja nicht mehr zusammen und dann ging das Leben auch bei euch beiden ja auch weiter. Und dann ging dann vielleicht, weiß ich nicht, ging dann bei dir irgendwie Datingleben los? Hast du da irgendwelche Sachen, die da irgendwie passiert ist? Gab es irgendwie ein coolstes Date, ein schlechtestes Date oder warst du so gar nicht im Datingmodus? Ich hatte dann nochmal einen Freund. Hattest du den auch gezeigt? Nee, gar nicht. Okay. Aber es hat auch gar nicht gewibt zum Schluss. Ich hatte den einfach, es hat wirklich 0,0 Prozent gewibt. Da sind auch traumatische Sachen passiert. Aber die Beziehung habe ich gar nicht in die Öffentlichkeit gezogen. Aber danach, also wo wir uns dann wieder getrennt hatten, da habe ich auch Schluss gemacht, ähm, habe ich erstmal tatsächlich versucht mit Daten. Aber das war auch irgendwie gar nichts. Ähm, ich habe ein, also ein Date hatte ich gehabt, da hatte ich mit dem vorher ein bisschen geschrieben. Ich weiß nicht, kennst du Raya? Ja, das ist so eine Dating-App, wo man nur mit Connections halt reinkommt. Ja. Ich habe letztens mal geguckt, ob ich angenommen werde, ich war da halt angenommen. Oh. Ja. Aber das sind nur Fußballer. Echt? Gefühlt, ja. Okay. Also, das würde ich nicht empfehlen. Ja. Und ich habe, mit einem Fußballer hatte ich tatsächlich gematcht und wir haben geschrieben. Ah, krass. Und jeder hatte mir damals gesagt, Nika, Hände weg von Fußballern. Ja, das ist jetzt auch immer noch so ein Riesending, das sagen alle. Ja, und ich war so, hä? Leute, ich bin anders. Nee, ich war so, nee, also ich kann schon auf mich selber aufpassen, da wird jetzt nichts passieren oder so. Und dann haben wir halt ein bisschen geschrieben, paar Wochen und dann war ich mit einer Freundin geschäftlich in der Stadt, wo er wohnt, also lebt, das war München und dann hat er so gesagt, ja okay, komm zu meinem Fußballspiel, weil wir wollten uns dann treffen, aber dann hat er mich zu seinem Fußballspiel angeladen und ich war so, nee, ich will nicht zu deinem Fußballspiel kommen, weil ich schaue doch gar keinen Fußball. Ja. Ähm, ich bin im Endeffekt trotzdem hin. Mit der Freundin? Ja, meine Freundin ist extra aus meiner Stadt angereist dann. Oh mein Gott. Die ist, ähm, drei Stunden extra dafür gefahren, weil ich wollte da nicht alleine hin. Und, ähm, ja genau, dann bin ich da hin und dann haben wir uns danach getroffen. Also, erster Red Flag, wenn euch jemand sagt, ähm, ihr trefft euch an einem Tag und er will sich dann abends treffen, macht das nicht? Nee. Weil, ähm, ich hab's dann, ich hab ihn so geschrieben, das war glaube ich so sechs, sieben Uhr und er war dann so, ja, er kann noch nicht. Dann neun Uhr, er kann noch nicht. War das nach dem Fußballspiel? Ja. Okay. Zehn Uhr, er kann noch nicht, elf Uhr. Und dann war ich so, okay, also ich komm halt jetzt auch nicht mehr, weil, also, ähm, ich bin dann trotzdem hingegangen. Ich komm jetzt auch nicht mehr, aber ich bin halt trotzdem hingegangen. Ähm, und dann hat er erst mal einen Horrorfilm angeschaut. Alleine, oder? Ja, mit mir natürlich. Ach, ich dachte, du bist dazugekommen. Nee, aber ich dachte mir so, das ist, also sorry, aber das ist so typisch, also ein Horrorfilm. Ja. Und dann bin ich ins Bad gegangen. Und ich sag's euch, wenn im Bad ein Haargummi von einem Mädchen liegt, Abschminkzeug liegt, dann rennt. Scheiße. Das ist einfach so schlimm. Und, ähm, genau, im Endeffekt ist es dann so gelaufen, dass, ähm, er halt mit mir was haben wollte und ich hab die ganze Zeit Nein gesagt und dann hatten wir trotzdem was miteinander. Und dann hab ich, ähm, gesagt, ich geh jetzt. Und dann hat er gesagt, okay, und dann hat er mir halt, ähm, geschrieben, ja, das ist alles ganz schlecht gelaufen, weil ich hab ihm dann halt gesagt, dass, also, was er denkt, also, wer ich bin, dass er sowas mit mir abziehen kann. Und, ähm, dann hat er gesagt, ja, das war gar nicht sein Plan und alles und, ähm, it turned out bad. Und ich dachte mir so, Bruder, okay, ja, ähm, seitdem hab ich Fußballer abgeschrieben. Verstehe ich auch. Ja. Und, ähm, dann, das, das, hast du das auch gesagt, so mit der Freundin, dass, dass du das dachtest, dass er eine Freundin hat oder hast du das gar nicht bei ihm angesprochen? Ah, ähm, ja, ich hab, äh, das nicht angesprochen. Ich hab dann auf TikTok, ich hab dann TikTok geöffnet und hab gesehen, dass er eine Freundin zu der Zeit hatte. Krass. Ja, ich dachte halt, so, ich, also, ich, also, ich hätt niemals gedacht, dass ein Mensch zu sowas fähig ist. Also, ich mein, schon, ich, ich krieg auch immer mit, dass irgendwie, keine Ahnung, jetzt auf TikTok, dass wirklich Leute fremdgehen oder so, aber das dann so hautnah zu erleben und auch irgendwie die Person zu sein mit, also, da dachte ich mir so, aber das Ding ist, wenn ich diesen Mädchen geschrieben hätte oder so, warum sollte sie mir glauben, so. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich sage, sowas ist immer eine schwierige Situation, also, ich weiß auch nicht, ich hatte noch nie so eine Situation, ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Jetzt würde ich sagen, ja, safe, natürlich sage ich das der Person, aber das weiß ich ja nie in der Situation. Ähm, meinst du sie, warte, sind die denn noch zusammen? Weiß ich nicht, ich verfolge den gar nicht mehr. Boah, ich verfolge auf jeden Fall nicht, weil das ist echt richtig, richtig blöd. Das stimmt. Ja, die tut mir auf jeden Fall leid und deswegen, ich würde, niemanden empfehlen, einen Fußballer irgendwie, also, ich meine, klar, Personen können anders sein irgendwie, aber ich habe dann auch mit super vielen Leuten geredet und die waren so, ja, die sind halt alle so und ja, der hat mich auch angeschrieben oder so und dann, ich dachte mir so, okay, ich hätte meine Recherche irgendwie besser machen sollen oder so, aber im Endeffekt bin ich die Person, die in Leuten nur das Beste sieht und, ähm, das war halt dann mein Fehler zu dem Zeitpunkt und, ja. Krass. Ja. Heftig. Kleiner Zwischengrätscher, Leute. Wir sind gerade, die Folge ist schon vorbei, ne, aber wir müssen ganz kurz hier was klarstellen. Ja, also, ich wusste nicht, dass er eine Freundin hat oder hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe die Sachen zwar im Bad gesehen, aber, ähm, ich dachte halt, der hat halt bestimmt auch was mit anderen Mädchen so, aber ich dachte, also, ich habe dann ein bisschen so das Schwarz-Weiß-Denken gehabt und ich dachte mir so, ja, vielleicht, ja, vielleicht ja auch doch nicht oder so und dann am Ende, so ein paar Wochen später habe ich so auf TikTok gescrollt und dann habe ich so gesehen, dass er anscheinend eine Freundin hat und dann war ich so, alter, die Arme und ich wusste das zu dem Zeitpunkt aber nicht. Ich dachte, vielleicht hat er auch mit anderen oder sowas. Und das, ganz kurz, weil ich habe das gerade gesagt, also, wir haben gerade darüber geredet und dann meinte ich so, ach so, ja, du hast es ja davor gesehen und dann meinte sie so, nein, jetzt erst nachdem die was hatten im Bad gesehen. Ja. Hä? Oder? Nein! Hä? Ich dachte, danach hattest du doch gerade gesagt, nachdem ihr was hattet, hast du erst die Sachen im Bad gesehen. Nee, ich habe das davor im Bad gesehen, aber ich dachte halt, warte mal, okay, jetzt bin ich selber verwirrt. Warte mal, ich habe die Sachen schon davor im Bad gesehen, aber ich dachte halt, weil er auf einer Dating-App ist, dass er halt mit anderen auch was hat und das fand ich jetzt nicht schlimm, ich wusste halt nicht, dass er eine feste Freundin hat. Wir haben es versucht, nochmal ein bisschen aufzuklären, aber jetzt geht die Folge weiter. Kleonair. Und warst du dann so, okay, jetzt bin ich ganz fertig mit daten? Oder bist du da trotzdem noch so auf paar Dates gegangen mit irgendwelchen Leuten? Nee, also ich habe tatsächlich, ich habe nur meine Beziehungen gehabt und dann halt diesen Fail und ich habe nie wieder irgendwie, ich war dann so, okay, es ist vorbei, ich war, so dann bin ich in Therapie gegangen, weil ich konnte, nachdem ich heimgefahren bin, nicht mehr alleine schlafen. Ich konnte keine Sekunde alleine sein, weil mich das so getriggert hat, dass also, also da sind noch Sachen passiert, die will ich jetzt auch nicht öffentlich so sagen, die mich halt voll irgendwie so ein bisschen zerstört haben einfach und dann bin ich in Therapie gegangen und dann ist es auch besser geworden und dann, genau, habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt und das war auch direkt so anders und der hat mir auch direkt wieder so, also er hat mir, das ist die erste Person, die mir gezeigt hat, dass es wirklich Typen gibt, die einen auf der Hand tragen, die alles für einen machen würden und wenn sie was wollen, dann machen sie es und die reden nicht nur drüber und genau so hat er auch mein Herz gekriegt, auch weil sein Hund heißt auch Bounty, genauso wie mein Hund, aber genau. Ja, voll krass, das klingt richtig toll. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Nico? Soll ich sagen oder nicht? Ne. Okay. Das ist ein Geheimnis, Leute, ihr dürft es nicht erfahren. Ja, weil, also es ist immer schwierig, ähm, weil so, so Sachen, ist, glaube ich, besser, wenn man dann so geheim lässt, auch wie lange wir zusammen sind und so. Okay. Weil es gibt dann doch immer Leute, die dann irgendwie ein Auge machen. Okay. Weißt du, was ich meine? Das ist der Grund, ich kann ich check. Ja, genau. Aber ansonsten, also, er war auch direkt von Anfang an so supportiv, er ist wirklich so toll und, ähm, wir ziehen jetzt auch zusammen. Hab ich gesehen. Genau. Ja. Also, wir gehen schon wirklich krasse Schritte und ich finde, ich hab noch nie bei jemandem so ein Gefühl gehabt wie bei ihm, dass ich halt so sag, okay, ich kann mir wirklich eine ganze Zukunft mit dem vorstellen und, ähm, genau so möchte ich auch behandelt werden. Ja. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn man in einer Beziehung ist, sich zu 100 Prozent so auf eine Person verlassen kann, aber sich auch wirklich so fallen lassen kann und auch so wirklich so sein kann, wie man ist und sich nicht verstellen muss und mir persönlich ist aufgefallen, dass bei Personen, also letztes Jahr war so mein Dating-Jahr, ich hab so, bin und war auf ein paar Dates, ähm, dass mir ist richtig aufgefallen, so zum Beispiel, wenn ich mich nicht abgeschminkt hab abends, dann war das, weil ich mich nicht wohl gefühlt hab bei der Person, aber wenn ich so war, okay, ich schlafe das erste Mal jetzt bei einer Person. Ja. War ich so, okay, schminke ich mich jetzt ab oder nicht? Und dann war ich so, doch, ich schminke mich jetzt ab und dann weiß man, man fühlt sich einfach zu 100 Prozent wohl. Ja, das stimmt. Und, ähm, ich glaub, da muss man, also, man muss, man kann auch picky sein bei einer Beziehung. Und ich find das auch, ähm, wichtig, dass wenn man weiß, okay, irgendwie, Zukunft kann ich mir nicht zu 100 Prozent vorstellen, ich hab keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas ist falsch, dann ist es auch okay, loszulassen, da ist die Person halt nicht für einen. Das stimmt, ja, also bei uns ist das auch so, es sind einfach so kleine Sachen, die den Unterschied machen, wir liegen abends im Bett und er ist, er dreht sich weg von mir und ich drehe mich weg von ihm und wir sind beide am Handy. Ja. Ich finde, so Sachen sind einfach wichtig, dass man mit dem Partner zusammen alleine sein kann, also, weißt du, für sich alleine sein kann, ähm, und abschalten kann, runterkommen kann, die Social Battery aufladen kann, ähm, deswegen, wenn das nicht passiert, ist, glaube ich, also, dann würde ich auch niemals irgendwie den Schritt gehen und jetzt sagen, okay, wir ziehen zusammen, ähm, weil er raubt mir halt nicht meine Social Battery, sondern auch mit ihm lade ich meine Social Battery auf, weißt du? Ja, ich glaub, das ist ziemlich wichtig und, ähm, ja, das hört sich aber sehr, sehr gesund an bei euch. Was würdest du Leuten für einen Rat geben, wenn die sich gerade in so einer Situation befinden, wie du jetzt mit deiner toxischen Beziehung, ähm, und, und was würdest du Leuten raten, die gerade auf der Suche sind nach was Gesundem? Ähm, ja, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, das Ding ist, man, also, ich glaube, viele merken das einfach nicht. Was mir einfach geholfen hat, das herauszufinden, war einfach mit anderen Leuten sprechen, meine Mutter hat die ganze Zeit gesagt, Nika, der ist nix für dich, ähm, Red Flag und so, und ich hab nie auf sie gehört, meine ganzen Freunde haben das immer gesagt und ich glaube, die haben da noch mal eine andere Perspektive drauf. Man sollte auf jeden Fall darauf hören, was das Umfeld sagt, weil man selber kann das einfach nicht richtig beurteilen und, ähm, selbst wenn das Umfeld das sagt und man das annimmt und versucht zu sehen, dann, ähm, sieht man das meistens nicht. Man muss einfach gucken, was ist das, was man im Leben möchte? Was möchtest du für deine beste Freundin nicht? Also, wie möchtest du, dass deine beste Freundin behandelt wird und, ähm, würdest du es richtig gut finden, wie dein Freund dich gerade behandelt, wenn deine beste Freundin so behandelt werden würde? Ja. Weil ich glaube, bei der besten Freundin, da gibt man noch mal die besten Ratschläge. Voll. Und, ja, genau, und dann halt einen Schlussstrich ziehen oder sagen, okay, man redet mit dem und man muss jetzt dran arbeiten. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, ein sehr guter Rat. Ich glaube auch gerade dieses so, sowas würdest du machen, wenn das deine beste Freundin wäre. Da würdest du auch nicht sagen, ach so, ja, er hat halt das und das zu mir gesagt, aber egal, das ist nicht egal. Ja. So, man muss da schon für sich selber einstehen und, ähm, das finde ich auch sehr gut, dass du das nochmal unterstreichst. Ja. Und was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, was, was sind so Red Flags, wo du dir sagst, okay, das geht gar nicht und ab wann denkst du dir, okay, das ist eine gesunde Beziehung? Red Flags, was gar nicht geht, ist, das, das darfst du nicht anziehen oder allgemein das Wort darfst, etwas zu verbieten, ähm, über das Leben von der anderen Person zu bestimmen, ähm, was ist denn noch so ein Red Flag? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist schon ziemlich schlimm. Ja, ich glaube, ja, das ist so das Schlimmste, aber, ähm, oder so noch eine Red Flag, die ganze Zeit, ähm, zu kontrollieren, also wirklich die ganze Zeit permanent kontrollsüchtig über diese Person zu sein, weil im Endeffekt, man sollte die, also dem Partner, der sollte einfach sein Leben leben können wie einfach beste Freunde, man, man erzählt sich alles, man lebt mit dem Partner, aber man lebt nicht nur für den Partner, um ihn zu kontrollieren oder um ihn wie ein Sim zu behandeln, ähm, wo bist du, da darfst du nicht hingehen, geh dahin, mach das, das ist auch eine sehr, sehr krasse Red Flag. Ja. Ja, das auf jeden Fall ist eine Red Flag. Und was sind so Anzeichen, beziehungsweise Anzeichen, klingt jetzt ein bisschen so böse, aber für eine gesunde Beziehung und, und, wie sagst du, kann man das finden? Mhm. Okay, Anzeichen für eine gesunde Beziehung, kennst du dieses Gefühl, dass du Schmetterlinge im Bauch hast? Mhm. Das solltest du niemals haben, weil das heißt Angst und das heißt, ähm, dass du dich unsicher fühlst, nicht so geborgen fühlst, ähm, also klar, am Anfang ist es normal, dass man das hat und, ähm, aber wenn du das immer noch weiter im Laufe der Beziehung hast, ist das wirklich nicht gut, weil dann bist du immer noch sehr aufgeregt, wenn du die Person siehst und hast vielleicht ein, also sehr, sehr krass Respekt vor der Person oder Angst, wie sie da oder da reagieren könnte. Ja. Ähm, genau, das hat man eben nur am Anfang, dass man eben nicht weiß, okay, wie tickt die Person und dann hat man eben diese Schmetterlinge im Bauch, wenn mal der erste Kuss kommt oder so und das ist auch normal, aber dann so im Laufe der Beziehung ist es nicht normal. Ähm, genau, wie, wie sieht man, dass man eine gute Beziehung hat? Und ich würde sagen, von meiner Sicht her jetzt, dass man einfach die gleichen Zukunftspläne hat, dass man sich einfach pudelwohl bei der Person fühlt, ähm, und wie gesagt, dass man keine Social Battery für die Person braucht, weil ich meine, du willst dein ganzes Leben verbringen und 30, 40, 50, 60 Jahre sind halt schon lange und du musst dir vorstellen können mit dieser Person, musst dir vorstellen können, dass ihr Kinder habt, Enkelkinder habt, dass sie da auf, oder eben keine Kinder habt, aber, ähm, dass ihr da irgendwann auf der Veranda sitzt und einfach nebeneinander ein Buch lest oder immer noch Deep Talks führen könnt. Ja. Genau, Zukunft ist ein ganz großes Thema, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt. Wenn man sich nicht vorstellen, also, oder was ist noch so ein Ding? Ähm, was ich gemerkt hab, man sollte seinen Partner wirklich als besten Freund betrachten, weil ich hatte auch, ich glaub, Nico ist jetzt mein erster bester Freund, ähm, weil er ist einfach wie meine beste Freundin. Man kann so viel lachen, man kann Scherze machen, wir mobben uns teilweise einfach so hart oder, oder, keine Ahnung, schreien uns random an oder so und lachen dann. Ähm, und ich mein, man braucht ja auch einen besten Freund fürs Leben. Ich mein, wenn was passiert, wem erzählst du das denn? Die erste Person sollte dein Partner sein. Wenn ich einen Unfall hab, ich glaub, die erste Person, die ich anrufe, ist mein Partner dann. Ja. Genau. Boah, das, das klingt einfach traumhaft irgendwie. Ja, ich glaub, das wünscht sich jeder. Du hast ja erzählt, ihr wollt, ähm, zusammenziehen. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Was war das? Also, eigentlich war's noch gar nicht geplant, dass wir, also, dass wir jetzt schon zusammenziehen, aber ich hab da eine Wohnung gefunden und ich war so, das, das ist voll die schöne Wohnung, die besichtigen wir, aber dann war die Wohnung bei der Besichtigung nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben und dann war ich so, ach, ich suche einfach mal weiter. Also, und jetzt ist es fest geworden, dass wir zusammenziehen wollen, ähm, genau, jetzt mal gucken, wir sind auf Wohnungssuche gerade und, ja, dann bauen wir uns unser Leben auf. Boah, schön. Ja. Aber ihr seid noch gar nicht mal so lange zusammen, ne? Also, weil ich, ich hab das in deinem Video gesehen, da meintest du ja auch so, ja, weil jemand hat geschrieben, ja, warum zieht ihr denn jetzt schon zusammen? Ihr seid noch gar nicht so lange zusammen, oder? Es geht. Also, für viele, also, es ist, es ist eigentlich in der Definition, wie jeder das so beschreibt, für manche sind wir nicht so lange zusammen, für mich ist es, ich muss sagen, die längste Beziehung, weil wir haben so unfassbar viel erlebt. Ja, okay, krass. Und, ähm, genau, aber wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange, ja. Cool. Wohin wollt ihr ziehen? Wollt ihr einfach Umgebung da, wo ihr schon bist? Also, das ist ja auch mal eine erste Beziehung, wo ich keine Fernbeziehung hab. Ja. Ähm, und wir bleiben jetzt einfach in meinem Ort, wo ich gerade wohne. Also, er zieht zu mir, aber der hat eh nur 15, 20 Minuten weggewohnt. Genau, also da ist jetzt so der Plan. Ja. Okay, ja, cool. Ich finde das aber richtig, also, wenn ich ausziehe, ich will ja dieses Jahr auch auf jeden Fall ausziehen, dann möchte ich auch noch in der Nähe von meinen Eltern sein, weißt du? Also generell in der Nähe, wo ich jetzt wohne, weil ich wohne ja noch zu Hause, Leute. Ähm, jetzt ist das ja bei euch auch wieder so eine öffentliche Beziehung, dass jeder das mitbekommt, so man kennt ihn, man kennt sein Gesicht. Wie habt ihr euch denn dazu entschieden? Du meintest, klar, ihr hockt die ganze Zeit aufeinander, aber trotzdem könnte man das ja trotzdem so machen, dass du es so nicht zeigst. Also, er ist tatsächlich die lustigste Person, die ich in meinem ganzen Leben je getroffen hab. Er ist so lustig und ich hab zu dem von Anfang an, ich hab, nicht von Anfang an, aber ein bisschen später, ich hab gesagt, ähm, Alter, diese Personalität muss aus Social Media. Ähm, und klar, er muss da noch so warm mit werden, aber er ist so lustig und ich finde es, ich fänd's gemein, der Welt das vorzuhalten, weil, ähm, auch wir haben so viel Spaß immer miteinander und teilweise, wir waren da so... gesessen bei ihm zu Hause und haben einfach so geredet und dann seine Freunde und so waren dann so, ja, ey, ihr müsstet eigentlich, also zusammen auf Social Media sein, weil das ist so lustig. und dann haben wir uns eigentlich entschlossen, also erstmal war er nur ohne Reden dabei, so, um zu gucken, ja, okay, wie ist es? Ja. Und dann wird's immer mehr, dann hat er ein bisschen geredet oder dann, keine Ahnung, also erst Lip-Sync, dann geredet und dann wird's cooler und dann haben die Follower von mir auch gesagt, ja, die feiern Nico so sehr und ja, jetzt hat er ja auch seinen eigenen Account und will damit anfangen, also er arbeitet auch noch normal, aber macht halt Social Media auch nebenbei. Ja. Genau. Voll cool. Ja. Und denkst du gerade wegen deiner letzten Beziehung, die öffentlich war, ähm, dass das so eine gute Idee ist? Weil es haben ja voll viele Influencer, sagen ja auch so, okay, wenn ich jemals eine Beziehung bekomme, auf gar keinen Fall zeige ich das so, weil man halt eine schlechte Erfahrung damit hat. Also ich hab ja jetzt auch den Vergleich zu meiner letzten Beziehung, die war ja gar nicht öffentlich, ähm, und ich hab mich da aber nicht wohl gefühlt, also ich konnte da nicht ich sein, wir haben nicht gelacht, ähm, es war einfach eiskalt, diese Beziehung, gefühlt und die Beziehung, es ist halt was anderes, weil ich kann mir halt ein ganzes Leben mit ihm vorstellen und ich teile mein Leben auf Social Media und er ist mein Leben, also zeige ich den halt jetzt auch und, ähm, genau, deswegen, also ich hab keine Angst tatsächlich, weil ich mein, ich bin mir sicher, dass wir die ganze Zukunft miteinander verbringen werden und ich mein, wir ziehen jetzt ja auch zusammen und das ist ja auch komplett neuer Lebensabschnitt, ich kann aber auch andere Influencer verstehen, wenn die sagen, okay, die Beziehung ist voll der Flop gewesen jetzt in der Öffentlichkeit, weil wir haben uns jetzt wieder getrennt, ich mach das nicht mehr, ähm, dann ist es auch deren Ding, ich finde nur, also ich bin mir halt so sicher und egal, also selbst wenn man sich irgendwann trennt, was nicht passieren wird, ähm, ich weiß, dass zu der Zeit, ich war so glücklich und es ist nicht so toxisch wie meine erste Beziehung, die in der Öffentlichkeit war und ich schau mir die Videos an und ich denk nicht so, davor hab ich geheult und es war richtig schlimm, sondern ich schau mir das an und ich denk mir so, oh, wir hatten richtig Spaß, wo wir dieses Video gedreht haben und, ähm, das schau ich mir halt auch gerne an, ja. Ja, ich glaube, man muss einfach mit sich selber und mit der Beziehung im Reinen sein, ähm, um diese, so eine Entscheidung treffen, äh, treffen zu können, ob man das jetzt in die Öffentlichkeit stellen möchte oder halt auch nicht und das auch jedem selber überlassen, aber ich finde eure Videos auch cool. Ja, danke. Und ich finde gerade irgendwie, Couple-Videos sind generell einfach süß und dann will man das natürlich dann auch machen, aber, ähm, auf der anderen Seite, also ich weiß auch nicht, ob ich das, wenn ich eine Beziehung jetzt hätte, das in die Öffentlichkeit stellen würde, keine Ahnung oder Videos mit der Person machen würde, weiß ich nicht, aber, ähm, so oder so. Es muss ja auch für die andere Person passen. Ja, also Nico war auch ja am Anfang so, ach, weiß ich jetzt nicht, also reden werde ich auf jeden Fall nicht und dann haben wir das mal probiert und dann hat er einfach gesagt, ja, ey, für den ist das voll was und er wollte sich in mein Leben reinfühlen und ich meine, ich kann ihm so gut wie es geht meinen Beruf beschreiben, aber er wird es nicht verstehen, also er wird nicht verstehen, wenn ich sage, ich gehe jetzt da hin oder ich mache das jetzt oder ich, keine Ahnung, ich probiere jetzt das für ein Video und jetzt, er versteht meine Welt so gut und ich glaube, genau deswegen funktioniert unsere Beziehung so gut, weil er versteht mich komplett und er versucht auch, also ich liebe es, Influencer zu sein und er versucht das, was ich liebe, kennenzulernen und das ist auch nicht für jeden was, also ich kenne viele Influencer, der ihr Freund, keine Ahnung, der mag das einfach nicht, vor der Kamera zu sein, in der Öffentlichkeit zu sein oder so und dann verstehe ich es auch, wenn man den jetzt natürlich nicht zeigt, so, es kommt auf die Person an. Ja, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr süß zwischen euch, ist richtig cool. Wie geht es dir denn jetzt momentan generell in deinem Leben? Mir geht es gut und dir so. Ja, manchmal könnte es besser sein, aber sonst. Ja, also ich sage auch, es gibt natürlich Ups und Downs, aber gerade geht es mir auf jeden Fall gut. Ich freue mich auf die Wohnungsplanung. Voll. Ihr wart gestern nochmal eine Wohnung besichtigen, oder? Ja, genau. Cool. Das ist auch eine richtig schöne Wohnung und die wollen wir auch, aber wir brauchen erstmal eine Zusage. Ja, okay, fingers crossed. Was würdest du als dein jetziges Ich zu deinem 16, 17-jähriges Ich sagen? Trenn dich. Ich hätte gesagt, trenn dich und such den Nico. Ja. Das hätte ich gesagt. Geh auf die Reise, such ihn. Such ihn. Ja. Das ist süß. Ja, aber ich finde auch, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas ändern würde, wenn ich das jetzt entscheiden könnte, weil im Endeffekt bin ich die Person geworden, weil ich das alles durchgemacht habe. Und ich hätte vielleicht, ich hätte mir vielleicht gesagt, gib nicht so viel Geld aus oder so. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich gesagt hätte, dass ich mich trennen soll oder so. Also ich hätte einfach gesagt, du schaffst es, glaub an dich, du bist toll, so wie du bist, lass dich nicht verändern und so. Also jetzt nichts Inspirierendes oder so. Doch, das war Inspirierendes, das war richtig toll. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu Zuschauerfragen. Ich habe nämlich auch noch meine, beziehungsweise auch deine Community nach Fragen gefragt, ob die irgendwas an dich, also irgendwelche Fragen an dich haben. Ja. Und ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben und das würde ich dir jetzt einfach mal vorlesen. Break-up-Tipps. Wie hast du dein Leben weiterleben können? Das haben wir ja eben schon besprochen. Ach, Verdrängung. Verdrängung. Ja, nee, einfach viel mit Freunden machen, viel rausgehen. Aber man muss sich auch Zeit für sich selber nehmen, um das Ganze zu reflektieren, um drüber nachzudenken, Zukunftspläne zu machen, wie gehe ich das jetzt an, dass ich, keine Ahnung, strukturierter werde in der Hinsicht, dass ich vielleicht den Kummer in Kreatives verpacke oder so. Ich meine, man ist nicht wertlos oder so. Man hat einfach gerade einen Break-up und dann hat es halt nicht gepasst. Aber es wird die Person kommen, die... die Person für dich ist. Ja. Und das muss man im Kopf behalten, dass es nicht die Person war, dass es eine andere gibt, die perfekt zu dir passen wird. Ja. Sehr gut. Wieso hast du deinen Freund zuerst geheim gehalten? Ah ja, ich weiß nicht. Ja, Mann, ich musste den auch erst mal kennenlernen und so. Deswegen, das macht schon Sinn. Hast du schon mal etwas gesagt, um Aufrufe zu generieren? Boah. Das kann sein. Also, bestimmt irgendwann mal, ja. Also, ich meine, ich bin Influencer. Man sagt eigentlich dauerhaft Sachen für Aufrufe. Aber jetzt halt, das muss ja nicht unbedingt Fake sein. Es kann ja auch sein, dass ich einfach statt, ähm... Warte, lass mich einen guten... Ähm... Es kann ja auch sein, dass ich irgendwie sage, statt, ähm, Rat... Was? Nein, das macht keinen Sinn, was ich sagen will. Also, kennst du das nicht, wenn Influencer immer einfach Sprachfehler reinmachen? Ach so, oh mein Gott, ja. Warte mal, ich habe was ganz Gutes. Aber ich weiß nicht mehr, ähm, das sagt Feli super oft, ähm, Snacks. Snacks. Oh mein Gott, ja. Das macht mich voll. Ich schaue das an und ich denke so, oh Gott. Und sie weiß, dass das Snack ausgesprochen wird. Aber sie sagt das für Aufrufe. Und genau sowas. Also, sowas habe ich bestimmt auch schon mal gemacht. Mhm. Ja. Boah, also das Ding ist auch, äh, meine Bestie Hannah, die sagt auch immer, oh, das macht mich so aggressiv. Und das weiß sie auch. Ja. Sie sagt immer anstatt, äh, so, du kennst ja dieses Get Ready With Me, heißt ja G-R-W-M. Ja. Also so, ne? Sie sagt immer, G-R-F-M with me. Das macht mich so aggressiv. Ja. Sagt doch einfach G-R-W-M und with me ist schon in dem G-R-W-M drin. Oh mein Gott, aber. Ach stimmt, das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Ja. G-R-F-M with me. Aber das Ding ist, ich glaube, sie hat auch irgendwie so eine Leserechtschreib-Spräche, irgendwie sowas, dass sie irgendwie, irgendwie die Buchstaben vertauscht und das nicht so gut kann. Aber, ähm, nach dem zehnten Mal ist es nicht ein Ausfallweg-Fehler. Ja, das stimmt. Ja, ich hab ja auch damals, hab ich immer, ähm, Ola como, warte, was hab ich gesagt? Ola como esta? Mhm. Oder so. Und es heißt eigentlich Ola como estas? Ah ja, stimmt. Ich hab das einfach provokant gesagt. Also ich hab das einfach weitergemacht. Ich wusste, dass das so heißt, ich bin ja nicht doof oder so. Also beim ersten Mal war ich vielleicht ein bisschen doof, aber dann wurde ich so oft darauf hingewiesen. Aber dann war es einfach lustig auch, weil die lassen sich auch super leicht provozieren, die Leute. Und manchmal ist das dann ein bisschen lustig. Das ist manchmal schon so ein bisschen lustig, wenn man so ein bisschen mit denen spielt. Ja. Aber, ähm, ja, ich verstehe da aber auch, ich bin da auch manchmal auf der anderen Seite, ich verstehe da auch die Wut. Ja. Es macht mich manchmal auch echt richtig aggressiv, wenn irgendwelche Influencer das machen. Aber, ähm, ja, nee, das hab ich tatsächlich, glaub ich, noch nie gemacht. Aber so, dass man natürlich Dinge, die man einfach so erzählen kann, ein bisschen extra spannender erzählt. Ja, das stimmt. So. Ja. Keine Ahnung. Zum Beispiel, ich benutze dieses Produkt heute. Oder, mit diesem Produkt soll das und das passieren. Ja. Das stimmt. Klar, sagt man das so. Naja. Was ist aus der Influencerin geworden, die sich an deinen Freund reingemacht hat? Ja, oja, ich hab der Influencerin geschrieben. Und, äh, die Influencerin hat mich ignoriert. Ah, krass. Ja. Die hat auf ganz Social Media gesagt, schreib mir doch, schreib mir doch, das klären wir privat. Und dann hab ich da einen Riesentext geschrieben. Die hat mich einfach ignoriert. Warte. Ich dachte, ich dachte, ich hab eine nämlich gesehen, die so, ja, ich hab ihr geschrieben, aber sie antwortet mir nicht und sie zieht das in Social Media rein. War sie das? Oder war sie das dann einfach gar nicht? Und hat sie sich einfach nur angesprochen? Sie hatte mir tatsächlich geschrieben. Ah, okay. Ich hab sie dann ignoriert auch. Ja. Ähm, aber dann hab ich ihr halt nach den ganzen Calls, dass ich jetzt ehrlich schreiben soll, und nach dem Call, dass ihre beste Freundin das dann auch, ähm, gesagt hat, ja, ich nutze das für Klicks aus, ähm, aber könnte den auch einfach schreiben. Dann hab ich den geschrieben. Und im Endeffekt, das hat sich rausgestellt. Natürlich haben sie auch Klicks draus gezogen und das ein bisschen ausgenutzt, weil, ja. Aber ganz kurz, was war die Situation nochmal? Ich hab das vergessen und ich glaube auch Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben, fragen sich das bestimmt gerade auch. Ähm, also ein Mädchen ist, also wir waren einfach auf einer Party von Jule war das. Und dann war 0 Uhr und ich bin halt bei Jule gewesen, um mir zu gratulieren. Und Nico, ähm, hat einfach an der Bar gewartet und bis ich halt wiederkomme. Ähm, und dann ist ein Mädchen da hingegangen, hat gefilmt, hat getanzt einfach und, ähm, ist dann halt zu ihm und hat ihn auf die Wange geküsst und hat das gefilmt. Was? Genau. Und da hab ich halt ein Get Ready With Me gemacht. GRFM. Genau. Oh mein Gott, ich hab das gar nicht mehr so in Erinnerung. Wo ich das halt erzählt hab, ja. Ja, ich weiß das noch, dass du, ich hab mir das auch angeguckt und ich hab das auch ein bisschen mitverfolgt, ne? Aber ich hab das so vergessen, krass. Ja, vielleicht war das auch, also es war auf jeden Fall komplett, ähm, vorschnell reagiert von mir. Nico hat auch gesagt, ich soll's einfach, ich soll's einfach lassen, ich soll's nicht machen. Ähm, wär auch das Schlauste gewesen, aber ich war einfach sauer. So, da kann ich nicht mehr denken. Vielleicht auch. Da wusste ich das. Und, ähm, ja, im Endeffekt, guck mal, im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass sie es halt for real, for real auch war, weil sie, also, ich hab ja wirklich alles, ich hab versucht dann mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und, ähm, sie hat dann ein Video an mich geschickt, wie sie da gefilmt hatte, aber, und die Uhrzeit geschickt. Ähm, aber das war im Endeffekt ein anderes Video und wir denken, dass sie das dann halt vielleicht gemacht hat, einfach nur weil sie wusste, dass das irgendwie Stress geben könnte oder so. Stress? Ja. Boah, sowas, ich, ich hätte da nicht ruhig bleiben können. Ich wäre da so aggressiv geworden. Also, ja, das stimmt. Und viele haben einfach auch Nico die Schuld drangegeben. Also, super, er hat auch Hate auf Social Media gekriegt und ich denke mir so, was hätte er machen sollen? Also, wenn der da irgendwie eine Frau angeschrien hätte oder so, das geht ja nicht. Und ich hab das dann auch halt später erst erfahren, was ich auch gar nicht schlimm finde. Und ich finde, Nico hat gar keine Schuld, zu 0,0 Prozent. Man sagt auch nicht zu einer Frau, ja, du wurdest eingefasst, warum hast du nichts gemacht? Ja. So. Ich glaube, in dem Moment weiß man auch nicht, wie man reagieren soll. Ja, komplett nicht. In dem Moment weiß man nicht, wie man reagieren soll. Ich werde auch schon mal ungefragt auf die Wange geküsst von irgendeinem Typen und da war ich auch nur so. Ja. Was? Dann ist man so geschockt davon, dass man einfach so, man weiß manchmal einfach nicht, was man dann machen soll. Und dann ist es klar, dass man dann nicht direkt sagt, du Bitch. So, weißt du? Vor allem, wir hatten ja vergebene Bänder an. Oh mein Gott, stimmt. Wir haben ja Bänder bekommen, ob in einer Beziehung oder ob man nicht in einer Beziehung ist. Krass. Ich weiß nicht, auch noch farbenblind oder so. Vielleicht. Aber, also das hat mich richtig sauer gemacht. Ja. Das verstehe ich auch. Wie war das mit dem Hund adoptieren in Spanien, hat jemand gefragt. Achso. Ja, das ist schon eine längere Story. Ich habe da einen Hund damals adoptiert gehabt, Molly. Und es hat halt komplett gar nicht gepasst mit Bounty. Ja. Und ich war halt auch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich fühle mich bereit dafür. Ich meine, ich war in Spanien, das war nicht in Spanien. Ich weiß nicht. Das war Rumänien. Ich war gerade so Spanien, warte mal. Genau. Ich habe die gesehen und ich war so, Alter, ist die süß. Ja. Die kommen, you're coming home with me. So war ich. Und dann habe ich alles in die Wege geleitet, dann ist sie zu mir gekommen. Und man muss auch sagen, mein Hund ist auch sehr, sie hat auch Ressourcenverteidigung und alles. Aber ich habe das, aber sie hat sich eigentlich relativ gut verhalten, wo sie dann halt da war. Und dann ist halt Molly gekommen. Und ich war, es ist halt nicht wie ein Hund vom Züchter, dass sie halt alles noch gar nicht kennt, sondern die hat halt vielleicht wirklich eine schlimme Vergangenheit hinter sich. Und die hatte dann auch Ressourcenverteidigung. Und die ist dann halt mit einem Leckerli zur Bounty gegangen, hat sich drüber gestellt. Und bei einem Hund in ihrer Größe wäre das auch gar nicht schlimm gewesen, weil sie zeigt, also sie hat damit zeigen wollen, dass sie, dass sie der Chef ist. Ah, krass. Aber, also sie hat, sie hat sich dann über sie gestellt und Molly ist so. Und Molly war so und wollte sie dann beißen. Ah, Molly wollte Bounty beißen. Genau. Ich habe meine Hand dazwischen, sie hat dann mich gebissen. Und so zeigen sich Hunde anscheinend, wer der Chef ist. Aber bei Bounty könnte so ein Biss halt relativ schnell tödlich enden. Und dann war ich so, fuck, ich bin gar nicht bereit dafür. Scheiße. Weil ich habe auch schon erlebt, zweimal wurde ich fast von Hunden angegriffen oder wurde, also ich wurde fast angegriffen und seitdem mit Bounty und seitdem habe ich halt auch echt krasse Angst vor Hunden. Und in dem Moment hat mein Kopf einfach Klick gemacht und ich konnte gar nichts mehr. Und dann habe ich entschlossen, es ist das Allerbeste für Molly, wenn sie wegkommt. Und zwar ist sie bei einer Freundin von mir und die hat auch drei Hunde noch. Und da ist Molly dann hingekommen und ihr geht es jetzt so gut. Toll. Und genau, ich habe sie einfach nicht von, also es ist nicht ihre Schuld. Ich hätte da einfach mehr informiert sein müssen und so. Ja, klar, natürlich. Aber finde ich voll cool, dass sie dann bei einer Freundin jetzt von dir ist und dann da jetzt im Best live live ist. Ja, da geht es richtig gut. Und sie ist so ein knuffiger Hund, wirklich. Manchmal denke ich mir so, hätte ich es mal weiter versucht, aber ich war einfach in dem Moment nicht in der Lage dafür. Ich musste einfach selber erstmal mit dem Trauma da von den anderen Hunden noch zurechtkommen und genau. Nee, das verstehe ich auch. Aber finde ich trotzdem cool, dass die Geschichte dann ja nicht so traurig geendet ist, sondern dass sie jetzt auf jeden Fall in guten Händen ist. Hattest du schon mal eine schlechte Influencer-Begegnung? Das frage ich tatsächlich alle Influencer, die hier sind, aber das wird auch immer gefragt. Ich mache Social Media, seit ich 14 bin. Ich glaube, ich hatte so viele schlechte Influencer-Begegnungen. Ich habe auch tatsächlich mit eigentlich fast gar keinem Influencer-Kontakt, einfach weil ich das so geschäftlich wie möglich halten möchte, weil ich nicht nochmal auf, ich habe das ja vorhin erzählt mit der einen Influencerin, mit meinem Ex da, ich möchte nicht nochmal auf sowas reinfallen. Ja. Genau, deswegen, ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe, ich habe meinen Satz einfach komplett vergessen. Dass du schon viele schlechte Begegnungen hattest. Gab es aber einen, der so richtig auch rausgestochen ist, außer jetzt diese blöde Kuh? Ich glaube, das war das Schlimmste, oder? Ja, ich habe tatsächlich, das ist auch schon ein bisschen länger her, war ich in Berlin, da war ich noch in meinem anderen Management und da waren so, ich war glaube ich mit drei anderen Girls, sollte ich auf Lollapalooza gehen oder ich bin auch mit denen da hingegangen und die haben mich tatsächlich immer wie ein kleines Baby behandelt und dann waren die irgendwie so, ja, wir drehen jetzt Videos und dann war ich so, okay, und dann waren die so, ja, ohne dich. Dann haben die dann neben mir ihre Videos gedreht und ich war so, okay, und jetzt so und die haben mich auch die ganze Zeit Maus genannt und seitdem kann ich das Wort Maus nicht mehr hören oder Mausi, wenn man mich so nennt und ich, oh, weil das ist so herabschauend gewesen und das Ding ist, bei denen läuft es jetzt halt auch richtig gut und es nervt mich manchmal, wenn ich die dann so auf meiner For You oder so sehe, weil ich mir so denke, ihr wart so gemein zu mir und ich checke nicht, warum Karma nicht kickt manchmal bei Influencern. Aber vielleicht ist das auch nicht, also vielleicht ist Karma auch einfach hinter der Kamera, weißt du? Das stimmt. Man weiß ja wirklich nie, wie es einer Person geht auf Social Media, gerade da. Das stimmt. Ähm, aber das verstehe ich komplett, also es ist ja auch schon mal eine schlechte Begegnung und der Person geht's blendend, auf Social Media blendend, ähm, aber davon einfach nicht beirren lassen. Ja, das stimmt. Einfach weitermachen. Ich meine, ich wünsche ja, und ich bin halt auch so jemand, ich wünsche trotzdem der Person auch nur alles Beste. Ich will nicht, dass es irgendeiner Person schlecht geht und wenn die auf mich zukommen würde oder so, ich wäre auch die Erste, die sagen würde, ja, kein Problem, alles gut oder so. Ähm, ich bin auch die Erste, die, wenn irgendwie ein schlechter Vibe ist, das Gespräch sucht. Ja. Oft wird, also ich hatte auch schon eine Situation, da wurde einfach gar nicht drauf eingegangen und ich hab dann öfter gefragt und dann wird da nicht drauf eingegangen und dann denk ich mir so, okay, toll, dann lass halt einfach weiter schlechte Vibes haben. Sehr komisch. Genau. Ja, sowas mag ich nicht. Und das ist halt einfach oft bei Influencern so, dass die, die leben halt in ihrer eigenen Welt und ich verstehe es auch irgendwie, aber man kann doch trotzdem nett sein. Voll. Ja. Boah. Das würde mich so sauer machen. Ja. Krass. Ähm, wie bist du früher damit umgegangen, dass du immer Fragen zu deiner Trennung bekommen hast? Ich bin drauf eingegangen meistens. Echt? Bis ich halt gecheckt hab, dass das die Leute dann nochmal ankurbelt, noch weiterzufragen und dann hab ich's einfach ignoriert. Ja. Ich glaub, das ist auch manchmal das Beste. Ja. Weil dann hört das auch auf, weil die sind so, ja, okay, bringt eh nichts, ich will dir nichts dazu sagen. Möchtest du später mal Kinder haben und wenn ja, wie viele? Ja, ich würde voll gern Kinder haben. Ähm, und da bin ich auch echt froh, dass Nico so die gleichen Ansichten hat. Und ich würde ja am liebsten erstmal zwei Zwillings, ein Zwillingspaar Mädchen haben. Ähm, aber ja, Nico möchte halt einen Jungen haben. Ähm, find ich auch okay, wenn's so kommt, dann ist es so. Ja. Aber ich würd halt am liebsten viele Kinder haben. Ich war immer schon so die Person, die gesagt hat, ich möchte eine große Familie haben. Drei, vier Kinder. Fände ich toll. Wenn's mehr werden, werden's mehr. Mhm. Wenn's weniger werden, werden's weniger, so. Ja. Weiß man ja jetzt noch nicht. Ja. Okay. Fun-Frage hat jemand geschrieben. Gibt es Dinge, die dich an Nico stören? Und wenn ja, welche? Und was magst du am meisten an ihm? Das ist eine richtig lustige Fun-Frage. Was stört mich denn an Nico? Eigentlich stört mich nichts an ihm. Was stört mich denn? Mich stört, dass er so gut ausschaut, dass er, ähm, nein, ich weiß, ich weiß grad wirklich nix. Mich stört eigentlich nix an ihm. Das ist irgendwie toll. Ja, mir fällt grad wirklich nix ein. Ich bin grad so, what the fuck? Ähm, nee. Was magst du am meisten an ihm? Sein Geruch. Sein Geruch? Ja. Ey, er hat das krasseste Parfum der ganzen Welt. Das muss man wirklich mal dazu sagen. Ich sag jetzt nicht welches, weil am Ende laufen nur so viele rum mit. Aber er ist einfach toll. Der trägt mich auf Händen. Der ist so lustig. Ich lach so sehr über den die ganze Zeit, weil er ist einfach, er muss nur irgendwas sagen und ich lach direkt. Aber es kann auch sein, dass ich halt verliebt bin oder so. Aber, ähm, genau, ja. Er ist einfach lustig. Ja, und sein Geruch. Und ich glaub, ich könnte jetzt noch ein bisschen weitererzählen, aber so um die Frage mal grob einzuordnen. Ja. Cool. Ja. Aber voll cool irgendwie, dass du nichts Negatives über ihn sagen kannst. Ja. Nee. Schon crazy. Okay. Wie war es früher als Influencerin in der Musical.ly-Zeit? Ich würd' jetzt sagen, es war anders, weil es einfach weniger Influencer gab. Mhm. Es war wirklich vielleicht an zwei Händen abzählbar, so die kleinere, also die Influencer von Musical.ly damals. Klar, es gab noch die YouTuber und so. Aber, ähm, ich fand's cool. Ich mein, ich war da auch halt, ja, noch unter 18 und alles. Und da war alles ein bisschen leichter einfach. Ja. Jetzt ist alles halt, es ist wirklich mein Job. Ich verdiene damit mein Geld. Ich liebe meinen Beruf. Mhm. Ich bin auch total, also es ist total toll, dass ich das machen kann. Ähm, aber es ist halt viel mehr Stress, weil man macht sich selber einen extremen Druck. Ja, ich sollte mal ein Projekt machen oder ich muss coolere Videos machen. Man vergleicht sich die ganze Zeit. Und früher war das einfach so, ey, wir haben einfach gelipsingt. Wir haben einfach coole Sachen gemacht. Man hat Leute gefeiert oder, ähm, sich einfach getroffen. Und man hat nicht drüber nachgedacht, ja, der könnte jetzt fake sein, weil man über den schon auf TikTok super viel Hate oder so gesehen hatte oder so. Oder, ähm, sich da irgendwas rumgesprochen hat oder so. Bist du manchmal voreingenommen, wenn du manche Influencer triffst, wo du negatives vorgehört hast? Ähm, das Ding ist, ich kenne eigentlich ja schon alle so, also ich kenne jetzt nicht alle alle, aber ich kenne ja schon den Großteil davon und ich habe eigentlich schon meine Meinung über alle, aber ich bin nie voreingenommen. Also man kann immer zu mir kommen und mich vom Gegenteil überzeugen, wenn ich irgendwie sage, wenn ich eigentlich irgendwie so der Meinung bin, okay, ja, ich feiere ihren Content jetzt nicht so. Ich muss auch ehrlich sein, ähm, Jule, ich hatte die einfach auf nicht interessiert, weil die, die Red Bull Videos damals, ich fand die too much, ich konnte das nicht mehr sehen. Die ist die tollste Person der ganzen Welt, wirklich. Ich habe so viel Spaß mit der, ähm, aber trotzdem auf Social Media, jetzt feiere ich ihren Content viel mehr, ich habe sie auch interessiert wieder, aber damals, es ging einfach nicht und sie hat mich auch komplett vom Gegenteil überzeugt, deswegen, ja. Ja, ich, bei Jule, ähm, als ich sie dann das erste Mal so richtig erlebt habe, ist sie so witzig. Ja. Sie ist so lustig und sie merkt es nicht. So verpeilt auch, ja. Sie merkt es einfach nicht, sie ist so, ja, und sie macht so ihr Ding, es ist so witzig. Das stimmt, ja. Deswegen, ich glaube, oft hat man gerade bei Leuten, die so vielleicht für jüngere Leute Content machen, hat man keine Ahnung, wie die wirklich sind. Ja. Und dann mag ich das voll gerne vom Gegenteil überzeugt sein. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Wie alt ist eigentlich Bounty? Fünf. Krass. Ja, ist doch so alt. Wie alt werden solche Hunde? Ich glaube, 15, 17, irgendwie so, ja. Ja, ja. Dann hat ja Bounty noch einen langen Weg. Ja, ein Jahrzehnt noch. Stimmt. Wie war es bei Krass, Klassenfahrt mitzumachen? Das war eine Serie, oder? Ja. War die auf YouTube nur? Ja. Ah, okay. Ähm, Crazy. Also ich fand das cool. Ich mag auch so Schauspieler-Sachen. Ich finde, ich habe super schlecht geschauspielert und ich finde, das kann man auch gar nicht so Schauspieler nennen, weil wir da im Endeffekt ja auch nicht so einen Text richtig vorgegeben haben, bekommen haben, sondern einfach nur die Situation lesen konnten und dann spielen konnten, wie wir sie wollten. Aber ich fand, das ist richtig, richtig cool gewesen. Also da haben Jonas und Jonas schon was richtig Cooles auf die Beine gestellt gehabt. Ich fand es schade, dass man da nicht so wirklich Struktur hatte und dass es immer eine neue Klasse gab und so. Ich hätte mir das eher so wie so einen Serienaufbau gewünscht, aber ich fand es auf jeden Fall cool, ja. Ja. Guckst du dir das manchmal noch an? Nee. Gar nicht. Nee. Ich finde es auch cringe ein bisschen. Ja, das verstehe ich. Manchmal, ich kann mir meine alten Videos auch nicht angucken. Also meine alten, alten. Meine alten von einem Jahr, von Vorzeihung kann ich mir angucken, von ganz vor. Nee. Ja, verstehe ich. Ja, krass. Klassenfahrt ist ein bisschen, also es war eine schöne, wirklich schöne Zeit und es hat sich auch angefühlt wie so eine Klassenfahrt. Aber ich glaube auch, wenn heute nochmal sowas wäre, ich glaube, vielleicht wäre ich auch wieder dabei, aber ich kann es mir nicht anschauen. Verstehe ich. Gerade, ja. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ja. Ich habe am Ende meines Podcasts immer so eine kleine Rubrik, also dass mein Gast mir sagt, irgendeine Lebensweisheit von sich sagt. Hast du irgendeine Sache, die du deinen Freunden immer sagst oder du selber immer sagst oder die dir gesagt wird, was dir wirklich weiterhilft im Leben? Ähm, muss ganz kurz denken. Es gibt auch Leute, die einfach Yolo sagen. Ähm. Dich definiert nicht deine Vergangenheit. Das finde ich gut. Ja. Das ist ein sehr guter Spruch und den würde ich auch unterschreiben. Dankeschön, dass du da warst. Danke, dass du so offen auch geredet hast. Das hat mich sehr gefreut. Und, ähm, ja. Hat mich auch sehr gefreut. Es freut mich, dass es dich auch gefreut hat. Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Ich habe euch ganz tolle lieb und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, wo auch immer ihr mich gerade hört oder seht. Wir sehen uns nächste Woche. Loving you so much. Tschüss. Ciao. 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 .